hallo liebe pyros und youtuber ich heiße euch wieder willkommen hier auf meinem kanal ja es ist soweit das erste unboxing von dem wiko paket in diesem jahr und zwar haben wir hier das kleine wiko paket der eine oder andere weiß es ja dass es die 30 euro pakete gibt und die 50 euro pakete hier haben wir ein 30 euro paket dieses jahr wieder erhältlich und zwar im neuen shop der am 24 sechsten eröffnen wird unten in der beschreibung verlinkt we love pyro.de ein neuer shop der dieses jahr eröffnet dort bekommt er diese pakete für 29 euro 99 so das ist der hammer meiner meinung nach super preis ja ich würde sagen schlagt schnell zu weil die dinger sind rar und auch mit sicherheit schnell weg und damit ihr wisst was euch erwartet würde ich mal sagen wir packen die ganze schose hier mal aus und gucken uns mal an was in den kleinen paketen so steckt dann werden wir mal schauen ja ich freue mich natürlich wieder dieses jahr auf silvester und hoffe dass es keine einschränkungen mehr gibt aber man weiß es nie schauen wir mal rein dass die kleinen so hergeben ja ja ich sehe schon eine menge raketen doch von oben an was haben wir denn hier wiko geht ist jetzt nicht bomben füllung mit einer bomben füllung kenne ich jetzt persönlich nicht so so sehen die guten dinge aus neem 15 gramm davon haben wir 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 7 stück an der zahl von den bomben raketen sehr schön legen wir mal auf seite dann machen wir weiter und zwar silberhawk haben wir hier die gero rockets kronos rocken noch eine gero noch eine krono und eine das sind ziemlich fette kristallorock die haben eine neem von 19 gramm 19 gramm neem sind an der zahl 245 was aber eine menge raketen leute muss man ja mal sagen und dann ein wishes of gold zehnteilig ich zeig es euch so wishes of gold wunschraketen sortiment zehnteilig schöne dicke batzen wir haben eine neem von eine neem von 20 gramm sehr schön ja da haben wir hier insgesamt 10 10 11 12 13 14 15 16 18 25 raketen machen wir weiter wunderkerzen 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 in form von einem herz und einem baum die üblichen knallbonbons ein paar luftschlangen und noch mehr wunderkerzen in sternform haben wir hier brillant riesen wunderkerzen da sind übrigens 40 stück drin dann cat eye fontaine batterie 45 sekunden brenndauer und effekte von drei meter sehr schön bin ich schon drauf gespannt rot grün blau gelb und blink weiße sterne mit knatter effekt also ein crackling von noch mal hier eine neem von na wo muss denn da 136 gramm f2 zurecht dämmen zurecht schau mal weiter sache mal hier eagle old feuertopf batterie brenndauer 20 sekunden effekte 20 meter gold flimmer kombiniert mit rot und grün nm 95 gramm dann haben wir die multi color fontaine brenndauer 45 sekunden 10 meter effekthöhe und kaliber von 22 mm krass ich auch mal gespannt nm von 90 gramm dann haben wir hier ein paar schöne moonshine leuchtkugel batterie 100 schuss brenndauer 15 sekunden effekte 20 meter nm von 34 gramm sind so eine art so wie es anfühlen römische lichter gibt es auch noch den ständer dazu denn aus immer gut so normal wird wunderkerzen was haben wir hier party time 14 einzelteile siebenfach sortiert buntes party sortiment mit bunten knallbomben morgens lustiger praktikknall knallern und tischbomben schauen wir mal rein bis 12 uhr kann man sich schön die hütte versauen sehr gut schöne verpackung machen wir weiter party fun pack auch tischfeuerwerk hier mal wieder ein paar party knallern und fontaine wieder der fußball tischfeuerwerk fußball party sehr schön dann kommen wir hier zum hello wheels heuler inferno batterie 300 schuss 50 meter effekt höhe kaliber 8 mm so eine nm von da haben wir 180 gramm da bin ich auch mal aufgespannt und zu guter letzt ein beller pack das extreme ultimatives china knaller sortiment ja schönes sortiment haben alles drinnen super baller zwei riesen china büller die super baller zwei hat ich schon gesagt und so alles doppelt sehr schön dann mini knaller 30 stück china knaller acht stück noch zufällig paketten ja auch kategorie f2 nm 62 ja leute das kleine wiko paket natürlich ist eine überraschung die sind natürlich nicht alle gleich gepackt oder ja ich weiß es nicht die großen waren letztes jahr identisch ich weiß nicht wie die kleinen sind dieses jahr das alles für 29 euro und 99 cent da kann man nicht meckern und ich würde sagen ich packe jetzt alles wieder ein erz gesehen eine menge raketen ein paar kleine batterien 1 2 3 4 5 stück ne 6 schuldigung sechs kleine batterien ein büller paket und ja 25 raketen so wie sie gesagt hatte 25 stück tischfeuerwerk wunderkerzen ja wie man es halt gewohnt ist von den kleinen paketen aber wie gesagt zu dem preis das lohnt sich kann man machen macht man nichts verkehrt wie lauf pyro.de neuer laden eröffnet jetzt demnächst ja schaut da rein lohnt sich wenn euch das gefällt lasst mir ein abo da einen kleinen daumen lacoma grüßt euch und wir sehen uns zu meinem nächsten video und ich werde jetzt hier alles wieder schön einpacken haut rein leute tschüss